So, wir werden heute Tales of the Valiant uns angucken. Und dann schauen wir hier mal rein. Ich mache mal auf Bücherblätter, als das andere Moped-Teil hier gemacht habe. So, und da seht ihr meinen vermackten Schreibtisch. Ja, nur echt mit Macken, Freunde der Nacht. So, Tales of the Valiant haben wir hier, Player's Guide. Und, ähm, 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 also ich habe euch schon gezeichnet. Hier einmal die limitierte Version. Und man sieht es jetzt hier gar nicht in der Kamera, die glänzt so. Ja, unten im Player seht ihr das so ein bisschen, ne? Die glänzt so. Total spacig. Ja, total irre. Ja, hier an der Seite, glaube ich, auch noch. Ja. War aber auch relativ schlecht. Ne, hier, haben wir da. Ja, so, macht euch in zehn Jahren zu Millionär, das Ding, ja? So. Gut, dann gucken wir mal rein. Ich habe mir, ähm, gerade schon mal, ich habe mich so ein bisschen in die Unterschiede reingelesen, äh, von dem Ganzen. Und vielleicht erzählen wir erst mal grundlegend was zu Tales of the Valiant. Ähm, ich glaube, Licht kann ich ein bisschen, scheint so aufs Cover, dass hier alles so leuchtet. Da erkennt ihr ja gar nichts richtig. Aber dunkler kann ich es tatsächlich nicht mehr machen. Was ist, wenn ich ausmache? Ist auch egal, ne? Muss ich nur gleich gucken, wenn meine Frau irgendwie Licht ausschaltet, dass ich da ein bisschen Licht mache. So, Tales of the Valiant ist eigentlich entstanden durch diese Geschichte, die, ähm, Wizard of the Coast sich geleistet hatte. Ähm. Nein. Ähm, ich gucke mal eben. Stress mit Wizard of the Coast. Äh, da gab es ja Probleme mit der, mit der Open License von Wizard of the Coast. Die haben sich ja da irgendwie ein bisschen quergestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. War es letztes Jahr, glaube ich, ne? Genau, letztes Jahr im Frühjahr war es. Äh, 23 März oder April oder sowas war das. Da hat der Wizard of the Coast ja, ähm, wir fangen vorne an. Also normalerweise war Dungeons & Dragons immer so gedacht, dass halt jeder in dieser Welt seine Abenteuer schreiben kann. Solange er sich an die Open Gaming License erhält, ja. Und, ähm, da konnte man selber Monster kreieren. Man konnte selber NSCs machen. Man konnte selber Welten entwickeln. Und konnte die dann halt auch veröffentlichen und, äh, kommerziell verkaufen. So, und jetzt, ähm, waren dann natürlich Unternehmen wie zum Beispiel Cobalt Press, die da richtig, ähm, eingestiegen sind. Und damit richtig Geld verdient hatten und halt auch eigene Monster-Compendien und sowas geschrieben hatten, ähm, haben da sehr viel Liebe und Herzblut reingeschickt. Und natürlich auch sehr, sehr viele Fanprojekte. So, und jetzt kam Wizard of the Coast auf die glorreiche Idee und hat gesagt, so, ja, nee, kann so nicht mehr weitergehen. Für Leute, die halt richtig gut damit verdienen, ähm, möchten wir halt auch Geld davon abzwacken können. Und ich meine, da war auch irgendwie, dass das dann abgenommen musste, aber abgenommen werden musste von Wizard of the Coast oder die sich auch Rechte vorbehalten haben, dass die halt Sachen, äh, einstampfen dürfen, wenn denen nicht passt, was da drin steht und so weiter und so fort. So, und daraufhin war ja ein riesen Aufschrei in der Community, wo es halt darum ging, dass das nicht okay ist, dass das einfach eine Sache ist, die so nicht funktioniert. Ähm, und wo dann erstmal gar nicht klar war, was jetzt, ähm, was jetzt losgegangen ist. Und daraufhin hatten sich halt ganz viele kleinere Spieleverlege zusammengetan und gesagt, so, wir machen eine eigene Open Gaming License. Ähm, das Ganze, ähm, das Ganze, also, ne, benagelt mich da jetzt nicht fest, aber so wie ich es verstanden habe, war Cobalt Presta so der, das Zug fährt, was das Ganze angeleitet hat. Und die haben dann diese Black Flag License rausgebracht. Da haben sich ganz viele angeschlossen, äh, unter anderem auch im deutschen Raum Ulysses und so, ähm, die jetzt ihre Spiele im Prinzip geöffnet haben, ähm, unter einer neuen Gaming License. Und bei denen ist es jetzt auch so, dass diese Gaming License nicht beim Verlag liegt, sondern dass die irgendwo bei einem Rechtsanwalt unabhängig von allen Verlagen ist. Und jeder, der da drunter was machen möchte, kann das tun. Und die ist halt nicht antastbar, diese neue Gaming License. Bei Paizo, genau, Paizo. Genau, da war es. Richtig, Entschuldigung. Das hatte ich falsch in Erinnerung. Genau, Paizo gab es ja auch noch. Genau, Pathfinder ist natürlich gegenüber Cobalt Press auch noch ein richtiger, ähm, Big Player, der da, der auf 3.5 richtig groß aufkommt. Und dann kommen die natürlich und sagen, ja, so, jetzt wollen wir aber mitverdienen, ne? Genau, ähm, so war es. Danke für den Beistand. Genau, bei Ulysses kommt die Org oder Elf, ähm, aber vom Prinzip her ist es halt alles dasselbe. Von daher eigentlich ganz gut, dass ein Ruck durch die ganze Geschichte gegangen ist, weil es für die Community jetzt einfacher wird, Sachen für die Dinge zu produzieren. So, und eine Geschichte davon haben wir jetzt hier. Das ist quasi jetzt der D&D-Klon von Cobalt Press, den wir jetzt hier vor uns liegen haben, der jetzt fertig ist. Da gab es, glaube ich, auch ein, ähm, Crowdfunding zu. Ähm, hatte die Michaela zumindest gestern erzählt. Von dem Crowdfunding habe ich jetzt persönlich gar nichts mitbekommen. Ähm, aber gut, und jetzt haben wir das Buch da, kam, glaube ich, letzte, vorletzte Woche irgendwie raus. Und ich würde dann vorschlagen, ähm, blättern wir mal durch, durch die ganze Geschichte, gucken uns so ein bisschen das Artwork an, gucken uns an, was uns generell auffällt. Wie gesagt, ein paar Sachen habe ich rausgesucht, die wohl geändert worden sind im Vergleich zu 5e. Ihr könnt eure 5e-Sache normalerweise ohne Probleme da drauf umschwenken, das ist kein Ding. Es gibt auch, ähm, wir haben ja gestern Alchemy VTT, haben wir ein Video zugemacht. Ähm, da gibt es schon, Tales of the Valiant ist dafür schon umgesetzt, kann man sich gönnen. Kostet, glaube ich, 30 Euro. Und, ähm, die Alex hat mir erzählt, dass man da auch die PDFs dann tatsächlich runterladen kann. Bei Alchemy ist halt auch ein Vorteil gegenüber D&D Beyond zum Beispiel, ne, wo ihr alles wirklich nur digital habt und euch keine PDFs runterladen könnt. Ich bin ja jemand, der gerne beides hat. Zum Vorbereiten am Computer habe ich immer gerne PDFs, um aber auf der Couch irgendwie vorzubereiten, mich reinzulesen und sowas habe ich lieber ein Buch in der Hand, ähm, weil ich da einfach die haptischen Dinge gerne habe. Ich habe es gerne in der Hand, ich sehe mir gerne die Bilder an. Und ich kann meiner Meinung nach schneller hin und her blättern, bin da einfach flotter, auch wenn ich mir Lesezeichen und sowas einrichten kann. Aber ich finde es einfach mit einem Buch da besser. Schon alleine der Geruch und alles, da ist man immer so ein bisschen stoned, gerade bei den Rollenspielbüchern. Und deswegen habe ich das immer ganz gerne in zweifacher Ausführung. So, mit einer frühen Black Flag, das stimmt schon, genau. Gut, dann würde ich sagen, vielleicht hat der Alirion da auch schon ein bisschen mehr Ahnung von dem System und du kannst gerne dann reinchargen und mich verbessern, wenn ich irgendwelchen Quatsch rede oder wenn wir irgendwo an einer Stelle sind, wo ich wichtige Sachen überblätter oder sowas schreie einfach und dann gehen wir da auf jeden Fall drauf ein. So, Cover Artwork finde ich schon mal sehr, sehr cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, die D&D-Cover gefallen mir seit der fünften Edition nicht mehr ganz so gut, wie sie mir früher mal gefallen haben. Die sind mir zu, die wirken mir zu künstlich irgendwie. Und mit Kunst, künstlich meine ich jetzt Kunst. Also so, das ist mir alles, das ist nicht mein Fantasy, was ich mir darunter vorstelle. Da bin ich mit den Bildern, die ich so für unsere Thumbnets mache, mit den AI-Bildern, weitaus näher an dem, was mir gefällt als die offiziellen D&D-Geschichten. So, gut. Also, hier haben wir die ganze Übersicht. Gucken wir nochmal zurück, jetzt haben wir es auch richtig. Table of Content und hier haben wir die Chapter. Und dann gucken wir mal rein. Introduction. Und jetzt sehen wir schon hier, ist denn jetzt überhaupt der Autofokus? Der ist richtig gut jetzt, ne? Das ist cool. Okay, kann ich auch ein bisschen hochhalten. Ja, das ist so, das sind so die, das ist so das, ähm, wie nennt man es denn jetzt nochmal? Die Illustrationen, genau. Die Illustrationen, die ich so recht cool finde. Das sind so halb Comic, halb Fantasy, Classic, Painting. Finde ich ganz cool. So, what is Tales of the Valiant? Können wir doch mal eben lesen. The Tales of the Valiant game is an action-oriented role-playing game RPG that pits a group of heroic adventures against supernatural dangers. One-player-Kolze. Ja, okay. Das ist eine ganz grobe Beschreibung nur, was das Ganze ist. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt so ein bisschen eine Einleitung zu dem, was dahinter steht. So, was ist ein Rollenspiel? Ja, in jedem Regelwerk sehr, sehr nützlich. Aber okay, irgendwann ist es immer das erste Mal, ne? So, hier haben wir die Würfel abgebildet. Hier ist jetzt halt wirklich so dieser Anfang, ne? Wie das Ganze aufgebaut ist, welche Würfel benutzt wird, man kennt es. Fantasy in a nutshell, okay. So, jetzt kommen wir direkt. Safety Tools are rules to ensure players feel safe. Freunde, da muss ich mir mal erklären, ne? Da wird ja momentan ein Brimborium drum gemacht, um diese Disclaimer-Angaben, ne? Ich auch gestern bei dem Alchemy-VTT, da war ein ganzer Absatz nur mit Disclaimer-Angaben, die du machen kannst, damit auch niemand in die Gruppe kommt und sagt, hu, da ist eine Spinne, da hast du mir gar nicht erzählt. Freunde, ich verstehe es nicht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja beim Film jetzt auch nicht. Wenn ich mir einen Film angucke, dann kann auch sein, dass da plötzlich einer ertrinkt. Und wenn ich dann Probleme mit dem Ertrinken habe, dann habe ich doch ein Problem, oder? Da kann doch der Film nichts für. So, deswegen, also ich verstehe das nicht so ganz. Ja, und wenn jemand wirklich traumatisiert ist, dann sollte der das vielleicht auch vorher irgendwie dann ansprechen. Oder dann weiß ich auch nicht, ob das der richtige Hobby für denjenigen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Character Creation and Leveling. Oder findet sich da von euch irgendwie einer wieder und sagt, ja, boah, so Disclaimer-Angaben, die brauche ich. Sonst traue ich mich nicht, da irgendwo mitzuspielen. Würde mich mal interessieren. Haut mal rein in die Kommentare, ob ihr da so Berührungspunkte mit habt. Oder halt nicht. So, Character Creation and Leveling. Step-by-Step Character Creation. Da werden wir auch, also wir werden ja hier raus eine ganze Reihe machen. Wir machen heute halt das Player-Handbuch, was wir durchgucken werden. Dann werden wir am Samstag vermutlich den Monster-Buch einmal durchschauen. Und nächste Woche würden wir uns dann einmal mit Foundry VTT beschäftigen, weil es dafür nämlich schon eine sehr schöne Black-Flag-Nummer gibt, die umgesetzt ist, wo halt der Charakter-Generator mit drin ist. Der anderen Artist sagt Disclaimer nicht, aber Session 0 macht schon Sinn. Ja gut, Session 0, finde ich jetzt persönlich, ist was anderes. Gerade wenn man sich halt nicht kennt und sowas, dann macht das natürlich Sinn, um einfach auch zu gucken, ob man sich kennt. Aber vielleicht bin ich da auch, komme ich da auch irgendwie aus einer anderen Zeit. Bei mir war immer so, dass ich mit Kumpels gespielt habe und ich habe eigentlich nie wirklich mit fremden Leuten gespielt, außer jetzt vielleicht online. Aber auch online, muss ich sagen, hatte ich immer sofort die Leute so beisammen, dass das gepasst hat. Also, ja. So, vor allem zu warnen ist zu heavy. Ich sage dem DM, was mir nicht passt. Das ist eigentlich erstmal alles versuchen. Ich kann ja immer noch sagen, dass es Sachen im weißen Kleid, im weißen Kleid wahrscheinlich in dem Horror-Szenario echt nicht sein muss. Oder meinst du Waisenkind? Waisenkind oder weißes Kleid? Beides. Kann beides spooky sein. Ja. So. So. Step 2. Choose a class. Okay, bis dahin auch erstmal nichts Neues. Wir werden nachher mal gucken, was die Klassen so sind. Mädchen im weißen Kleid. Im weißen Kleid. So. Determine Ability Scores. Strange, Dexterity, Constitution, Intelligence, Wisdom, Charisma. Da ist jetzt erstmal nichts anderes. Charisma, der Friseursalon ist auch immer mit dabei. Da gibt es gar nichts anderes. Wer versteht den? Wer versteht den? Wer versteht den? So. Ich finde ja, eigentlich sollte ich im Friseursalon aufmachen, nur weil ich coole Friseursalon-Namen kennen oder mir ausdenken kann. Ponyhof. Harry Potter ist der Favorit von meiner Frau. Charisma ist sehr abgedroschen und flach. Ähm, was gab es denn noch? Gumpfsalat. Gumpfsalat, sagt meine Frau. Sehr nice. So. Three ways to score gibt's. Man kann also auf drei verschiedene Arten und Weisen seine Abilities hochsetzen. Einmal klassisch mit Rolling. Da ist hier angegeben, Roll 4D6, also 6D6. ähm, nimm den, den lowesten Dice und schmeiß den aus dem Fenster. Then add up the remaining three Dice to get your total. Write that number down on scratch paper. When all the Dice are thrown out of the window, buy new ones at schlachtenwüter.de. Steht hier echt? Ja. So. Mach das fünfmal. Dann hast du keine Würfel mehr. Und, äh, dann hast du Ergebnisse zwischen 3 und 18. Wie realistisch jetzt natürlich ist eine 3 zu spielen, ist eine andere Geschichte, ne? Assign those six numbers to the ability to score however you like, bla, bla, bla. Messe zwei, point buy. Ja, da kann man jetzt hier die Punkte kaufen. Ich hab jetzt die D&D-Punkte kosten. Nicht im Kopf, ah, ich vermute fast, das wird sehr ähnlich sein, weil ja die ganze Balancing eigentlich da drauf basiert auf der ganzen Geschichte, ne? So. Find Ability Modifiers, da guck ich mal, da können die nur mit bei sein. Die sind auch genau so wie bei D&D. 12, 13 ist plus 1. 14, 15 plus 2. 16, 17 plus 3 und so weiter. Choose a Line Age. Was ist eine Line Age? Choose your character's Line Age from the options in the Line Age section in Chapter 3. Line Age and Heritage. Line Age represents your character's blood ties and hereditary traits such as average life spawn size, speed and special adaptions. Like the ability to see in the dark. Dwarf, Elf and Humans are just some of the Line Ages. Also, wenn ich das richtig sehe, sind Line Ages jetzt die früheren Rassen, die dann jetzt quasi Völker sind. Choose a heritage. Choose your character's heritage from the options in the heritage section in Chapter 3. Heritage represents your character's upbringing and cultural traits such as skill proficiencies, languages or knowing how to find your way in big cities. Also, das heißt wahrscheinlich, ich könnte auch einen Menschen machen, der aber aus einer Zwergenstadt kommt. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. So, choose a background. Choose your background from the option. Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Änderung, die jetzt da auch drin ist. So, der Hintergrund. Section 4. Background represents what your character did as individual before they took up the adventuring life. Given your character's skill, proficiencies, talents and languages learned. Courteous, scholar and soldier are a few of the backgrounds. Also, er ist so, so wie ich es verstanden habe, wird hier mehr Wert auf den Background gelegt, weil der mich einfach hier bei dieser Nummer mehr ins Abenteuer integrieren soll und eher dafür stehen soll, warum mein Charakter jetzt wirklich auf Abenteuer aus ist. Starting Equipment, okay. Take class in Background Equipment, okay. Dann steht nur die Ausrüstung, die man bekommt, wenn man höherstufig ist. Step 8. Filling the blanks. Leveling up. So, Leveling Methods. Awarding XP's. Tracking Milestones. Haben wir auch wieder gleich. Jetzt weiß ich auch wieder nicht die Liste der Erfahrungspunkte. Die kann ich mir mal raussuchen lassen. Einmal tatsächlich, ähm, bei wie vielen XP steige ich bei D&D 5E auf. So, jetzt gucke ich mal, was er mir ausspuckt. Ob er mir was ausspuckt. Trotz Rechtschreibfehler hier. In welchem, warum ist es ja überhaupt so langsam hier heute? So, wir gucken mal die Lizenzprobleme. Das will ich doch jetzt gar nicht wissen, du Nase. Ach, du Pappnase. War doch meine Frage gerade. Alter, da wären sie jetzt gekommen. Da wären sie jetzt gekommen. So, aber die ersten sehe ich, äh, Level 2 ist 300, 900, 2, 7, 6, 5. Die scheinen gleich zu sein. Auch die Levelaufstiege. 6, 5, da müsste 14.000, ja, 23.000. Ja, sind die, sind die gleichen Punktstufen. 8. Tut sich nachher was? Ne. Jetzt sind wir bei 13, bei 140.014, genau. Ne, ist alles gleich. Also die, die Aufstiege sind komplett gleich. Optional Rule Multiclassing. Multiclassing is an optional rule that allows you to gain levels in multiple classes. This lets you mix class features to realize a character's concept that might not be reflected in one of the standard class options. Ja, also kann man zulassen als GM. Kann man lassen. Ich, boah, ich mag ja, ich mag Multiclassen überhaupt nicht, muss ich sagen. Boah, das ist immer so was für, ich finde immer Multiclass ist was für Klugscheißer. Ja, die so noch nicht genug zu tun haben, äh, die, pfff, ich mag es nicht. Ich mag es echt nicht. Proficiency Bonus, äh, hier kommt jetzt die Tabelle quasi first. Das sind die Spell Slots. Your Proficiency Bonus is always based on your total character level, not your level in a class. For example, if you are a third level fighter and a second level rogue, you have the Proficiency Bonus of a five level, fifth level character, which is plus drei. Wo sich schon steht denn, der Proficiency Bonus hat es gar nicht gesehen. Habe ich einen überblättert oder was? Habe ich jetzt tatsächlich keine gesehen. Keine Tabelle für, keine Ahnung. Hier sind nur die, die Spell Slots. Und hier haben wir das Charakterblatt. Das würde ich sagen, ja, ich weiß nicht, das können wir uns fast besser dann bei, ähm, Dingens angucken. Bei, ähm, Foundry. Wir gucken jetzt hier erstmal durch, das dauert es noch zu lange. So, Charakter Classes, da gucken wir mal, welche Unterschiede es gibt. Hier haben wir wieder, das sind so Bilder, muss ich sagen, die erinnern mich, ähm, die erinnern mich sehr an Pathfinder. Pathfinder vom Layout her, was ich eigentlich sehr, sehr cool finde. Pathfinder von den Illustrationen her, finde ich sehr schön. Deswegen gefallen mir hier auch sehr die, die Bilder, die da drin sind. So, Cantrips and Rituals, Spell Slots, Spell Circles. Spell Circles scheint, da gucken wir mal rein. Ähm, also, Magic Source. So, this book contains hundreds of Spells, but characters of a given class can only access some of them. The set of Spells that a class can access is determined by the magic source the class casts from. Arcane, Divine, Primordial or Wild. Wild, 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 wild. See the Description column in the class option at a glance. Table, a glance table in this section to find which source class casts from. Also, es gibt quasi verschiedene Klassen, nach denen man dann zaubern kann. Und es ist nicht mehr so, dass, ähm, Magier nur magische Dinger machen. Oder, warte mal, wo steht denn das? Irgendwo Class Description? Kommt wahrscheinlich gleich noch. So, Spell Circles. The Power Level of a Spell is measured by its Circle. Also, quasi bei, bei seinem Rang wahrscheinlich. Circles go from one to nine. And a higher circle means a more powerful spell. Ja, okay. Zauberringe durch Zauberkreise zu ersetzen. Ist jetzt natürlich was total anderes. Spell Slots. Ja, Cantrips and Rituals. Cantrips are simple spells that some casters can use. Cantrips never need preparation. And there is no limit to the number you can cast before a rest. Your class defines whether you can cast cantrips and how many you know. Also, Cantrips sind halt so diese Zauber, die ich einfach rausballern kann, ohne dass die abgezählt werden. Ähm, da wurde ja bei 5e auch schon ein bisschen was gemacht, dass man halt mehr zaubern kann. Ähm, und Rituals are spells that, die Frage ist natürlich, ob es jetzt auch Cantrips auf höheren Leveln gibt. Da wäre natürlich mal eine schöne Sache, ähm, dass die Zauberer echt mehr raushauen können. Ich habe auch irgendwo gelesen, angeblich, dass Zauberer keine Waffenfertigkeiten nutzen können. Finde ich sehr interessant. Ähm, kann aber jetzt auch sein, dass ich da Kacke auf den Augen hatte, als ich das gelesen habe. Keine Ahnung. The Rituals are spells that take at least one minute to cast and often requires expensive materials. They are usually not suitable for combat. Your class defines whether you can cast Rituals and how many you know. Okay, also scheint es Cantrips für höhere Stufen zu geben, denn Rituale, wenn ich die eine Minute zaubere, das wären ja 10 Kampfrunden, bis dahin ist ja jeder Kampf fast vorbei, macht also keinen Sinn. Also die Rituale sind jetzt eher so wie die Zauber bei DSA, die haben wir ja zum Beispiel auch rausgenommen. Bei uns gehen Zauberer auch mal sofort raus bei DSA, weil ansonsten der Zauberer einfach überhaupt keinen Sinn macht bei DSA, finde ich persönlich jetzt. So, Known and Prepared Spells. Da gehen wir jetzt auch mal nicht weiter darauf ein. Wir gucken uns jetzt tatsächlich mal die, ähm, sonst sind wir ja morgen noch dran hier. Jetzt gucken wir uns mal die Klassen an. Also wir haben hier den Barbarian, das ist glaube ich halt auch so ein neues Volk hier, diese Wildlinge oder wie die heißen. Da gucken wir gleich mal rein, so Tiermutanten quasi. Ja, der Barbar, den haben wir. Dann der Unarmored Defense, habe ich auch gelesen, soll irgendwas Neues sein. While you aren't wearing any armor, your AC equals 13 plus your Conceive. Also, wenn er keine Rüstung trägt, hat er trotzdem 13 plus Konstitutionsmodifikator. Dexterity, also Geschicklichkeit, doesn't factor into your AC for this class feature. Also, 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 also ist das, you can use a shield and still gain this benefit. Also, wenn er Rüstung an hat, dann hat er den, den Geschicklichkeitsmodifikator, wenn ich das jetzt richtig lese. Also, wenn er keine Rüstung an hat, hat er den Konstitutionsmodifikator. Okay, gut. Dangerous Sense, Reckless Attack, Improvement, Heroic Boon, Multi-Attack. So, wer ist er denn hier? Wild Fury. Alter Schwede, der reitet hier auf dem Wildschwein, ey. Wer ist das? Der Bard, der Bard. Den finde ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so cool getroffen. Der sieht so ein bisschen aus, wie Detlef D'Soost auf einem Lab. Hoffentlich hat er das nicht gehört, der Detlef D'Soost. Der ist ja, der ist ja, imakeyousexy.com, der ist ja eine Kante, der haut mich ja weg. So, was sage ich? Guck mal, ich bin hier so vertieft, ich sehe gar nicht, was ihr hier alles schreibt. So, Powergaming. Multiklassing ist erst interessant, wenn man Level 9 plus hat, eine zweite dazunehmen. Ja, gut, aber ich bin auch nicht so der Fan davon. Keine Zauberei quasi. Dein Online-Shop für Rollenspiele bin ich. So, gut, machen wir weiter hier. Bart-Subclasses, den Kleriker haben wir, oder die Klerikerin. Ja, da haben wir direkt eine Frau abgebildet. Klerics at Adventurers. So, wer ist er denn? Oder sie? Man weiß es nicht. Was ist das? Das ist ja auch ein Kleriker. Frau mit Bart. Femininer Mann mit Bart, ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir immer noch bei, also hier haben wir die verschiedenen Domänen. Light Domain, War Domain. Da sind die Subclasses für den Kleriker. Die gibt es, glaube ich, auf Stufe 3, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Die Druidin. So. Stacked Stones. Sieht ein bisschen aus wie Stacked Shit. Signs and Symbols. So. Wild Shape. Also, egal wo ich hingucke, ich lese halt auch immer wieder Wörter, die mir sehr bekannt vorkommen von Dungeons & Drinks. So, dann haben wir den Fighter. Sind hier nur Frauen bei jeder Klasse abgebildet? Oder was ist hier los? Da ist ein Mann. Weapon Master. Der Mechanist. Da ist ein Ork-Typ. Ja, der ist eine ganz neue Klasse, der Mechanist. Finde ich sehr cool eigentlich. So Gobbo-Schrauber quasi. Sehr geile Sache. Sehr witzig. Gerade wenn es um Uhrwerke geht und sowas. Eine sehr coole Geschichte. Der ist halt komplett neu. So, Mystic Metal. Mystic Metal. Hört sich auch an wie eine Power-Metal-Version. So, der Monk. Seht ihr alles gut? Ja, ihr seht alles gut. Der Monk. Nur Frauen gleich sexy oder so. Meinst du? Ich glaube, das ist mehr so ein... Ich weiß ja nicht. Ich finde ja so ein bisschen... Also, ich weiß nicht, ob jetzt bei uns der Channel maßgeblich ist. Bei uns sind, glaube ich, 90% Männer, die zuschauen. Ähm... Ja gut, da würde ja dann Sinn machen, hier überall Frauen reinzupacken, ne? Nur... Ja. Gut. Monk. Immer noch mehr Monk. Monk ist auch eine Klasse, die ich gar nicht mag. Das ist so... Ich finde auch, die passt überhaupt nicht... Die passt überhaupt nicht in ein klassisches Fantasy-Setting. Wenn ich natürlich irgendwie so ein asiatisches Ding mache, okay. Da passt der Monk rein. Aber ich finde so... Ja. In klassischen Fantasy... Finde ich, passt der nicht rein. Paladin. Das ist wirklich auffällig, dass hier überall Frauen sind. Und dann auch für zweite Seite, zwei Seiten weiter, ist immer ein Mann. Der Paladin. Und der Ranger. Hier ist ein Mann beim Ranger. Der sieht aus wie... Wie Dingens hier. Jack Sparrow. Hunter. Die Subclass. Okay. Und Rogue. Rogue ist... Kann beides sein. Männlein oder Weiblein. So. Ah, hier. Sorcerer. Okay. Der Sorcerer ist da. Und... Was haben wir hier noch? Ach, die Subclasses. Chaos... Ich bin gespannt auf die anderen Magie-Klassen jetzt. Der Warlock. Okay. Haben wir jetzt einen Kobold. Ich bin mal gespannt, ob man den jetzt gleich auch als spielbare Klasse da hat, wenn er hier so gezeigt wird. Das wäre natürlich interessant. Eldritch. Äh, der Withered. Äh, der Withered. Äh, der Withered. Okay. Dann so Zwerge hast. Also Magier echt selten. So, Lineage and Heritage. Jetzt kommen wir quasi zu den Völkern. Und da haben wir hier auch diese ersten, diese Beastkin. Born between civilization and the wilds. Beastkin are as varied as the animal kingdom itself. Sometimes called wildkin or werefolk. Beastkin universally share the bipedal form of humans, elves or dwarfs, but have pronounced traits of a specific beast, such as hawk wings, a scorpion's tail, rabbit ears, owl eyes, a crab-like carapace, razor sharp, shark teeth or bony oxhorns. Also sehr cool. So, so, so Kombinationen quasi, die man ja oft in der griechischen Sage und sowas findet. Das ist eine sehr coole Kombination. Aber, muss ich sagen, steht jetzt relativ wenig zu. Ich hätte mir jetzt gedacht, dass da mehr Informationen zu stehen, aber da steht relativ wenig zu. Da steht jetzt quasi nur Alter, Größe, Geschwindigkeit, Animal Instinct und Natural Weapon. Ja, klar waren die, waren die spielbar Zwergenmagier, aber, ja, selten würde ich sagen, oder? Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Zwergenmagier gesehen. Wenn ich Zwergen gesehen habe, haben die immer eine Axt oder einen Hammer in der Hand. Oder wollen Boote bauen. So, dann haben wir den Dwarf und Elf. Also die, die, die Lineage-Sachen sind wirklich, wirklich kurz gefasst. Ähm, aber gut, wenn es jetzt natürlich auch außer Darkvision oder sowas hier keine großartigen Attributsveränderungen gibt, macht es die Sache natürlich bei der Charakterkreation ein bisschen einfacher. Hier haben wir einen Kobold, sehr cool. Orks als spielbare Rasse drin, auch sehr cool. Und was ist Cydarian? So Licht, Licht, Feen, Engelwesen, oder was ist das? Cydarians heißen die. Cydarians are mystical beings, sied by creatures or powers from a different plane of existence. Sometimes called starborn or plane-touched. Their origins are as varied and mysterious as the cosmic forces that shape them. So Cydarians may be conceived by the physical union of a mortal with an outsider, such as a celestial or fiend. Such pairings are rare and steeped in portents or conspiracy. More often Cydarians are born to an unsuspecting mortal family, perhaps as the result of magical upheaval. Ja gut, das wird nicht mein Volk werden. Da steht jetzt auch gar nichts von Werten, doch da gibt es ordentlich, da stehen auch ordentliche Sachen bei. Okay, Small Folk, was ist denn Small Folk? Und warum ist jetzt hier der Dingens abgebildet? Celestial gibt es hier auch als Teufel, oder was? You possesses notable physical characteristics that mark your connection to realms of evil or chaos. Okay, also haben wir hier quasi auch die Tieflinge da eingebaut. Das ist quasi so eine Mischung aus Celestials und Tieflingen hier anscheinend. Jo. So, Folk, ja Small Folk Hobbits, genau, sehe ich jetzt hier daneben auch, kam mir nur komisch vor, dass der Tiefling da oben drüber war. So, dann kommt Heritage, da gibt es Languages, Heritage Options. Ich muss mal eben gucken. So. So, Anointed Heritage, Cosmopolitan Heritage, Cotted Heritage, Cloud Heritage, from Communities deeply entwined with arcane magic. Okay, also die Heritage geht hier mehr auf, ob ich aus einem Kaff komme oder aus irgendeiner anderen Ebene oder sowas. Außer von Nomaden oder, okay. Also das ist recht umfangreich gegliedert hier. Na gut, Background and Talents, kommen wir dazu. Und nicht vergessen, Net One is Gold für das Rollenspiel. Also ich finde, alles hat seine Berechtigung. Heritage ist in DSA die Kultur. Ja. So, Adherent, Talent, Artist, Talent. Ach so. Background. Skill Proficiencies, Additional Proficiencies or Languages, Equipment, Talent. Adventuring Motivation. Warum ist der auf Abenteuer? Abenteuer. Many Adventurers, Adherents don't stray far from the object of their devotion. Those who roam often to do so for reasons specific to their order. When you begin your adventure, consider what tempt or perhaps called your character to step into the unknown. Adventuring allows me to learn about and report on other religions and orders. Okay. Ja, hier haben wir so einen kleinen Antrieb quasi, der dazu führt, dass der Charakter dann loszieht in die weite Welt. Criminal, Courtier, Homesteader, Outcast, Rustic, Scholar. Aber da sind tatsächlich, glaube ich, nur drei Backgrounds bei der Geschichte von Foundry VTT drin. Also das ist jetzt noch kein offizielles Tales of the Valiant Modul, was da ist. Das ist nur ein Black Flag Modul. Ich bin mal gespannt, wann da das richtige offizielle Modul nachkommt. Aber da ist wirklich schon viel drin. Und natürlich auch der Charaktergenerator ist schon sehr geil. Ich habe das Gefühl, seit DSA 3 schreibt die in die immer mehr von DSA ab. Das glaube ich nicht, mein Freund. Das glaube ich nicht. Dafür sind die, glaube ich, viel zu sehr auf ihrem hohen Ross. Und das müssen die gar nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass die Stärke von DSA wirklich die Regeln sind. Sondern ich glaube, dass die Stärke von DSA viel mehr die Lore sind oder ist. Und der ganze Kram, der da so mit zusammenhängt. Und die, meiner Meinung nach auch ganz klar die Abenteuer, die halt bei weitem, bei weitem besser ausgeschrieben und durchdacht sind als bei D&D. Bei D&D hast du immer ein Dorf, bla bla bla, ein bisschen Quasseln machen, tun, ab ins Dungeon. Und Dungeon jetzt in Anführungszeichen, Dungeon kann halt auch ein Weinhof sein, Dungeon kann auch eine Yeti-Höhle sein, Dungeon kann auch ein Schloss sein. Aber immer gehst du halt rein von Raum zu Raum und guckst. Alles völlig drüber, Regeln-Lore, aber immer wieder wie ein Nachhause-Komm. Ja, mag sein, Herr Klawutke, ich muss auch sagen, als ich DSA hier für den Shop eingepflegt habe, da bin ich bekloppt geworden. Ich bin bekloppt geworden. Du hattest Abenteuer, fünfte Edition, ich glaube vier Seiten. Regelwerk war, glaube ich, das geringste. Da waren, glaube ich, zwei Seiten. Quellbücher, vier Seiten. Ich bin echt bescheuert geworden. Aber man muss ja nicht alles umsetzen. Man kann sich ja die Sachen so rausnehmen, wie man möchte. Und je nachdem, wie tief man dann in die Lore versinken möchte, geht man halt rein oder nicht. Und da muss ich auch mal eine Lanze für alle DSA-Spieler brechen. Ich habe ja wirklich in meiner Jugend DSA gespielt und habe dann eine sehr, sehr lange DSA-Pause gemacht. Und bin dann eigentlich zu D&D gekommen und habe ewig kein DSA mehr gespielt. Und hatte dann halt hier auf dem Channel wieder DSA gespielt. Und ich hatte gedacht, bevor wir angefangen haben, dass die DSA-Community uns in der Luft zerreißt, weil wir überhaupt keine Ahnung von der Lore haben. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Die Leute fanden es von vornherein cool und waren mit dabei. Und niemand hat da groß, klar kam mal Anmerkungen wegen der Lore, aber nie so von oben herab und nie so arrogant und ihr habt keine Ahnung oder irgendwie sowas. Das fand ich sehr krass und das hat mich sehr überrascht, hätte ich nie mit gerechnet. Ich habe gedacht, dass wir da auf viel mehr Widerstand stoßen und alle sagen, ja, ihr habt eh keine Ahnung und so. Ist aber nicht passiert. Also da ein ganz großes Lob an die DSA-Community auch. So, so, Focus Creation, Heavy Metal, Heavy Metal, Heavy Metal, Mastery, Technical Talents, Equipment and Magic Items. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier noch war. Ich bin jetzt so vom Schuss abgekommen. Dungeon, gleich unbekannter Ort, den es zu erkunden gilt. Vermutlich ein noch unbekannter Zweck, eventuell mit Monstern. Und schätzen, kommst du in die Jachste Taverne, gibt es oben Zimmer, die du noch nie gesehen hast. Eine Kasse und ein wütender Besitzer, also ein Dungeon. Gibt nicht so viele, die wirklich Aventuristik studiert haben, um besser wisserisch auftreten zu können. Ist einfach zu viel. Ja, das kommt natürlich dazu. Bei den ganzen Büchern musst du wahrscheinlich nur überzeugend sagen, dass du besser weißt. Da kommt das schon richtig rüber. Ja, so, Equipment and Magic Items sind wir jetzt. Wir gucken mal rein hier, wie die Sachen aufgemacht sind. Das hier erinnert mich tatsächlich ein bisschen an D&D 3.5 von der Aufmachung und der Zeichnung her. Da war das Ganze nur mehr so als Bleistiftzeichnung, glaube ich, skizziert auf so einem alten Pergament. Aber so von der Aufmachung her sah das sehr, sehr ähnlich aus, wenn ihr da noch wisst, was ich meine. Aber mit Sicherheit wisst ihr das noch. Von daher gefällt mir das sehr gut. Das holt mich ab. Da bin ich halt bei früher. So, jetzt haben wir hier Waffen. Auch die Waffenseite, die holt mich genauso ab. Diese Waffenseite sieht genauso aus wie früher bei DSA 2, meine ich, war das. Oder war das auch D&D? Kann auch sein, dass das bei D&D war mit der Sichel und so. Erinnert mich sehr an alte Zeiten. Aber ich meine mich entsinnen zu können, dass bei DSA 2 auch so ein Blatt war und dann diese Ochsenherde mit den drei Dingern da war. Jeder hatte eine Ochsenherde, weil die 3W6 plus drei Schaden gemacht hat und so was. Und weil man da ähnlich mit Bruchfaktor gespielt hat, ging die halt auch nicht kaputt. Waffen. Wir brauchen Waffeln. So, gut, hier geht es weiter. Ich meine, also ich meine entweder D&D oder aber DSA. Helfen mir auch für Sprünge. Eigentlich nie erfahren, was der Hintergrund der Dungeons ist, weil es keine Hinweise im Abenteuer sind für Spieler. Ja, genau so ist das. Genau so ist das. Du gehst dann da rein, knallst eine Hexe weg und weißt eigentlich gar nicht, warum du überhaupt die Hexe weggeknallt hast. Genau so ist das. Das finde ich halt auch. Ich meine, die Sachen haben auch ihre Berechtigung. Andererseits kannst du auch sagen, okay, es ist nicht so viel vorgeschrieben. Du kannst halt reingehen und das Ganze selber dann ausfüllen mit Leben und sowas. Aber ich finde so gerade, wenn du dann den tausendsten Dungeon machst und immer wieder, du gehst halt irgendwann nur noch. Also gerade auf dem VTT schiebst du irgendwann nur noch die Plättchen durchs Dungeon und kommst gar nicht mehr ins richtige Spielen und ins Erläutern, weil einfach alles immer gleich ist. So. Gut. Gut. Wir machen mal weiter. Tools. Object and Structure. Statistics. Statistics? Statistics. So. Wollte ich schon sagen. Ist aber komisch an. So. Auch hier erinnert mich auch sehr an, ich meine, D&D 3.5 von den Zeichnungen her. Gefällt mir alles optisch sehr gut. Ich finde halt immer, wenn du so durchblätterst und du findst schon so eine Tasche Scheiße oder so ein Ukulele hier. Wobei ich ja da nicht verstehe, warum die sich nicht so ein bisschen hier am Blind Guardian halten und da so etwas fantastischere Instrumente halt einfach kreieren. Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. So. Mounts. Keine Pferde abgebildet. Services. Heilings gilt. Messenger. Road to Gate. Toll. Chips Passage. Vehicles. Ich bin mal gleich auf die Zauber auch gespannt. Magic Items, sagte er. Das erinnert mich hier sehr an. Ich meine, hier gibt es so ein Bild, gibt es tatsächlich bei der Rote Thron von Pathfinder. Freunde, fast genau die gleiche Aufmachung. Fast. Sollen wir uns mal den Spaß machen, soll ich mal holen? Ja, das dauert jetzt zu lange, ne? Oder? Ich gucke jetzt mal, Freunde. Ich gucke jetzt mal. Freunde, ich gucke jetzt mal. Ich habe das Buch hier. Ich blätter das jetzt mal durch. Mal ganz schnell. Nicht so definiert wie gerade. Auch immer sehr. Pathfinder ist auch immer sehr schön aufgemacht, muss man sagen. Aber habt ihr auch genau das gleiche Problem wie bei D&D. Umso weiter die Kampagnen nach hinten gehen, umso mehr Dungeon habt ihr. Komm, wo ist es? Show it to me, Baby. Aha, aha. So, wo ist es denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Bild ist, was ganz genau so aussieht. Ja, war eine schöne Kampagne. Da nach roter Tor, muss ich sagen. Ich glaube, das war, war das nicht bei dem, wo die da saubald spielen oder wie das heißt? Die Nasenflöte. So, Freunde. Hier ist schon mal so ein bisschen ähnlich. Da ist schon mal so ein bisschen ähnlich. Aber ich meine, da war noch krasser. Ich meine, da war noch krasser. Da kam auch einer irgendwie durchs Fenster gesprungen oder so. Warte, an welcher Seite war das? 107. Oder vielleicht doch nicht? Alter, ist das ein Wälzer, ne? Schweineball. Hier, spielen die Schweineball. Oh, sehr witzig, die Passage. Ne, irgendwie. Boah, wie weit wir das gespielt haben, glaube ich ja jetzt gerade gar nicht. Ne, ich finde es nicht tatsächlich. Ja, komm, ist egal. So weit waren wir, meine ich nicht. Ich kann eigentlich nichts mehr kommen. Ich blätter nochmal schnell durch. Äh. Ne. Ja, ist doch egal, Freunde. Ist doch egal. So, gut, machen wir weiter. Äh, ja, 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 ja. Gut. Special Magical Items, Cursed Items. Wer ist er denn? Ach, den, den, den gab es auch bei D&D. So ein, so ein, äh, Ding. Aber für sowas ist das natürlich der Mechaniker mega, der dann solche Sachen bauen kann und sowas, das ist natürlich richtig cool. Hat mal einer, also hat mal einer hier die, die Abenteuer von Cobalt Press gespielt. Ich habe Margreve da, steht auch immer noch auf meiner Liste. Bei Margreve hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so, so dungeonlastig ist wie die anderen. Aber so richtig durchgelesen habe ich es, glaube ich, auch noch nicht. So. Eine coole Brille. Da wäre die, die Ilana wieder sofort dabei. Ein Helm. Duwälen, die um Kopf umschweben. Buch. Der Kobold haut sich einen Trank rein. Er wäre auch nicht meine Klasse zum Spielen, so ein Kobold, ne? Aber vielleicht auch doch. Magisches Seil, das ist ja mal geil. Rope of Climbing. Geht dann so alleine hoch und macht sich fest. Sehr cool. Sunblade. Ach, guck mal hier, die Stratblade. Unten Staff of Sunlight Lightning. So ein Elektroschocker. Bam. Ja, guck mal hier. Was ist das denn? Wand of Polymorph oder was? Das sieht aus wie Wand of Bremer Stadtmusikanten. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Wand of Bremer Stadtmusikanten, Freunde. Hier, guck euch das an. Da kann ich ja gucken. Da ist ja live. So, sehr cool. Wand of Bremer Stadtmusikanten. Wings of Flying. Boah, der ist mal geil. Fabled Magic Items. Das Bild finde ich tatsächlich nicht so schön. Ja, was haben sie sich denn dabei gedacht? Das schlägt ja total außer Art. Das ist bestimmt aus einem alten Kobold-Press-Ding. Hier sind wieder die neueren. Bam, haut in der Skelett weg. Sehr geil. So, Witch Ability Modifier. Strange. Bei Zaubern waren wir immer noch nicht, ne? Wir sind mittlerweile bei Seite 207. Slide of Hand. Skill Description. Movement. Adventuring. Tracking Time. Interacting with Creatures. Da kommt der Cube runter und die entschärft die Falle und er erzählt Witze. Und er singt ein. Warum laufen die nicht einfach da drüber? Aber ist nicht schlimm, ne? Ist nicht schlimm. Abenteuer muss sich passen. Brauche mehr Mitspieler. Was meinst du mit mehr Mitspieler? Spielst du online oder spielst du am Tisch? Klassische Gruppe, okay. Ja, nicht mal bei Spielern in deiner Stadt oder so geguckt. Da sind doch eigentlich immer Leute. Ach, guck mal hier. Das sieht auch sehr geil aus. Small, Tiny, Medium, Large, Huge und Gargantuan. Cool. Ah, das sieht sehr geil aus. Das sieht sehr geil aus. Ja, wie gesagt, also die Illustrationen gefallen mir richtig gut. Das ist richtig cool. Halfcover, Three Carters. Boah, und hier wäre natürlich richtig geile Kombination möglich, ne? Mit so einem Beastinger. Da kannst du natürlich richtig geile Sachen machen. So ein Wolfskopf oder so ein Löwenkopf oder so. Oder so ein Adlerkopf. Oder so ein Pferdekopf. Was bist du denn? Ein Beastinger. Wie ein Beastinger. Ja, halb Mann, halb Pferd. So, what about Magic Items? Game Masters Guide. Ist noch gar nicht raus. Steht hier aber schon drin. Kommt wohl raus. Aus meiner Tischrunde ist eine Online-Runde geworden. Sind mittlerweile zu zerstreut. Ja, ich bevorzuge Tisch und schaffe es einmal die Woche in den Rollenspielclub, der 34 Kilometer entfernt ist. Ja, ich muss auch sagen, ich finde halt tatsächlich, klar ist es schön am Tisch zu sitzen und eine Pizza zu bestellen und zu quasseln und ein Bierchen zusammen zu trinken und zu spielen. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn wir Tischrunden hatten, da haben wir uns maximal alle zwei Wochen getroffen und haben dann uns um 8 Uhr getroffen, haben Pizza bestellt. Bis die Pizza da war, war frühestens 9 Uhr. Dann haben wir bis halb 10 gegessen. Dann haben wir um halb 10 angefangen zu spielen. Dann haben wir vielleicht bis 1 Uhr gezockt oder bis 2 Uhr mit Unterbrechung, weil gelabert wurde. Ich habe auch viel mehr am Tisch, dass die Leute unkonzentriert waren und irgendwelche Gespräche nebenher angefangen hatten. Das habe ich jetzt im Internet halt gar nicht. Da sitze ich, da erzähle ich und wenn die Leute nicht dran sind, hören die halt trotzdem zu. Und bei mir ist es auch so, online können die Leute halt öfter und schneller. Du sitzt dich halt vom Computer 2-3 Stunden. Du spielst dann vielleicht nur 3 Stunden. Aber generell bist du halt eigentlich produktiver in den 3 Stunden, weil du halt nicht auf deine Pizza wartest und keine Privatgespräche und sowas zwischendurch hast. Wie gesagt, natürlich ist es schön zusammen zu sitzen und zu spielen. Oder auch so am Wochenende ist dann auch wieder was ganz anderes. Aber dann muss man halt ganz anders sehen eigentlich. So. Gut, Spellcasting haben wir hier. Jetzt geht es los mit Spells. Jetzt wird hier ein riesen Zinnober um die neun Zirkel gemacht, die eigentlich nur gerade sind. Ist nicht schlimm. Also denke ich jetzt mal. Muss man sich ein bisschen näher reinlesen. So. Rituals, Cantrips. Hier wird nochmal der Unterschied erklärt. Elements of a Spell, Casting Time, Bonus Action. Also wir haben Bonus Action, Reaction und Longer Casting Times. Wir gucken gleich mal in die Spells ein bisschen rein. Gut, hier haben wir wieder die verschiedenen Wirkungsweisen natürlich. Aber die kennen wir ja alle. Duration. Ob das sofort ist oder man sich konzentrieren muss, ist auch klar. Target, Spell, Save. Third Circle ist die Liste jetzt. Der Zauber. Hier steht jetzt auch immer die Schule dahinter. Also die sind jetzt alphabetisch aufgeführt nach Cantrip und Circle. Und jetzt gucken wir da mal gleich rein. Und nach den Schulen sind die geordnet. Das sind jede Menge. So, Acid Arrow haben wir hier zum Beispiel. Second Circle Arcane Evocation. 90 Fuß, VSM, Duration Instantaneous. Also sofort. You launch a missile of Acid toward your target. A shimmering green arrow streaks toward the target within range and bursts in a spray of Acid. Make a ranged Spell attack against the target. On a hit, the target takes 4d4 Acid Damage immediately and 2d4 Acid Damage at the end of its next turn. On a miss, the arrow splashes the target with Acid for half as much of the initial damage and no damage at the end of its next turn. When you cast the spell using a Spell Slot of Third Circle or higher, the damage both initial and later increased by 1d4 for each slot above second. Unknown Artist. Ich. Also gut, wenn du jetzt eine Gruppe hast, mit der du spielen kannst, brauchst du es ja nicht. Aber alle, die keine Gruppe haben, den kann ich nur empfehlen. Roll20 hat eine super Gruppensuche. Wenn ihr da eingebt, pass auf, ich will dieses und dieses System spielen. Ich will immer donnerstags von, was weiß ich, 19 bis 22 Uhr spielen. Es soll in vier Wochen losgehen. Ihr dürft nicht sagen, dass ihr ein anderes VTT als Roll20 nutzt, aber das ist egal, das könnt ihr später selber absprechen. Und wenn ihr dann noch sagt, ihr seid Spielleiter und sucht eine Gruppe, habt ihr innerhalb von zwei Wochen eine Gruppe. Das geht ruckzuck. Ja, und ansonsten, ich würde euch halt gar nicht zu anderen Sachen groß raten, wenn ihr, ja, man kann es halt mal mit Roll20 ausprobieren, aber generell würde ich euch echt raten, geht zu Foundry VTT. Gerade bei komplexen Systemen, bei anderen Systemen, die sehr erzähltechnisch sind, wie Alien, Tales from the Loop oder sowas, kann ich euch nur das ans Herz legen, was ich da gestern gezeigt habe. Könnt ihr auch erst mal ausprobieren. Ja, müsst ihr einfach mal rumprobieren. Und dann geht es halt eigentlich ruckzuck und man kann halt schön spielen und die Anforderungen sind ja jetzt auch nicht so hoch. Alter Self. So, was haben wir noch? Animal Friendship, okay. First Circle, One Action. One Action. Wo sind denn die Rituale überhaupt? Ich sehe nur One Action, One Action. Oder kommen die Rituale irgendwie danach? One Action, One Action, One Action. One Action, One Action. One Action, One Action, One Action. Blink, Blindness, Defeat, Blight. Call, Lightning, Blur, Burning Hands, Colorspray. Ich sehe hier nur One Action gerade. Ritual fände ich mal interessant. Wo sind die Rituals? Fairy, Fire, Faithful Hound. Eight Circle, One Action, One Action, One Action. Ich sehe überall nur One Action. One Reaction. When you are a creature within 60 feet of your thoughts. One Action, One Action. One Action, One Action. Okay. Kann natürlich sein, dass die Rituale erst danach kommen. Grave Touch, Guiding Bolt, Gust of Wind. Also ganz viele Sachen, die man kennt von D&D auch. Heat Metal. Heat Metal. Alles, was mit Metal ist, hört sich an wie eine Band. Oder wie eine Musikrichtung. One Action. One Bonus Action, Mass Healing Word. Okay, Bonus Aktion, nicht schlecht. Mass Heal. Was ist das hier? Spiegel, Builder, was ist das? Modify Memory, Minor Illusion. Pass Without Trace. One Action. Balor am Schild. Sprüche, 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 Rituale sind drei unterschiedliche Sachen. Wie viel Sinn machen, die zu trennen. Ja, wir gucken mal. One Action, One Action. Ich will es auch nicht zu sehr, zu schneller durchballern. Slow Sleep. Spiritual Weapon. Telekinese, Teleport. Vampiric Touch. Jetzt kommen wir langsam an das Ende des Alphabetes. Ja, Ritual Descriptions. Hier sind doch Rituale. Animal Messenger, Animate Dead. Okay, das ist natürlich sehr cool, dass die nicht zusammenstehen, sondern dann getrennt sind. Das ist sehr geil. One Hour, One Minute, Acht Stunden Awaken. Lasting Time, Tracking Magical Pathways Within a Precious Gemstone. You touch a huge or smaller beast or plant. The target must have no end. The target gains and the ability to speak one language you know. Okay, cool. Erwachen. Kann jemand erwachen, also eine Pflanze erwachen lassen. Sehr cool. Control Weather, auch geil. Aber damit kann man natürlich echt coole Sachen machen. Mit Control Weather. Contact Other Plan. Create Familia. Das sind jetzt natürlich Sachen, die jetzt... Create Undead, die schon sehr geil sind und die ich jetzt so von D&D tatsächlich so nicht kenne. Okay, Detect Poison and Disease. Ja. Creation, Divination, Dream. Find Familia. Fabricate. Da kannst du, Alter, da kannst du hier so ein Ding bauen. Das ist cool. Das muss ich sagen, ist cool. Das ist eine coole Sache, die so jetzt nicht da war. Vielleicht in einigen Sachen ähnlich als Zauber, aber Hallucinatory Terrain, Heroes Feast. So, Locate. Was ist hier los? Oh, Seitenverknickt. Er ist nicht verknickt, er ist irgendwie Fehldruck. Er ist nicht richtig auseinandergeschnitten hier. Fehlpressung. 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 Reise ich jetzt nicht auseinander. Muss ich schön ausschneiden, abschneiden. Planar Binding. Purify Food and Drink. Secret Chest. Also, das ist mal eine coole Änderung. Warte, ist jetzt hier los. Conditions. Das ist ja mal geil, ey. Das finde ich mal richtig cool. Damit hätte jetzt keiner gerechnet, oder? Hier mit so Cartoons von irgendwelchen Kobolden. Richtig cool. Das ist mal eine geile Sache. Grappled. Frightened. Petrified. Sehr geil. Das finde ich mal lustig. So. Poisoned. Prone. Stunt. Surprised. Unconscious. Gods and Pantheons. Okay. Wir haben ein eigenes Pantheon, was uns auch mitgeliefert wird. Das ist auch sehr cool. Da haben wir schon mal so ein bisschen was, womit man anfangen kann. Narkrish, Ravia, Solana. Aber das ist nicht wirklich, das ist nicht wirklich viel. Fantasy. Historical Pantheons. Wobei man natürlich auch einen Pantheon mal eben mittlerweile selber aus der Luft lutschen kann. Creatures. Axe Beak. Der Axtschnabel, echt. Der ist hier drin. Ich hätte gedacht, dass der total D&D ist. Bad, Bad Giant. Bär Black. Bär Brown. Also wir haben ja einfach ein paar Kreaturen drin. Katzen, Krokodile. Mit relativ wenig Bildern. Hier ist so ein kleiner Drache. Pseudodrache. Imp. Okay. Goat. Giant. Frog. Hawk. Horse. Mule. Also ein Esel. Lion. Octopus. Old Giant. Moment. Ja, witzig, witzig. Also eigentlich bei den Beastingern, da finde ich eigentlich hätten so ein paar, so ein paar generelle Sonderangriffe oder sowas sein müssen, dass wenn du einen Löwenkopf hast, da halt auch beißen kannst. Aber gut, man kann natürlich auch improvisieren und sich die Sachen halt dann aus dem Bestiarium nehmen. So, das waren, ich meine, es sind jetzt nicht viele Kreaturen, aber so zum Anfang, so ein paar, damit man schon mal loslegen kann, das reicht. Und dann haben wir hier den Index, der immer enorm wichtig ist, finde ich, wenn man irgendwas sucht. Er macht hier auf, er macht hier auf Ringwreath, Freunde. Er macht auf Ringwreath. So, das sind immer die geilsten. Die Kobolde, die da irgendwie so eine Lampe auf dem Kopf haben, am besten mit einer Kerze drin, damit die schön in die Luft fliegen, eine Mine. So, und hier haben wir den Charakterbogen. So, wir können ja hier nochmal kurz reingucken. Class Level, Subclass, Experience Points, Lineage, Heritage, Background. Okay, wissen wir jetzt alles, was mit anzufangen. Safe Würfe, okay. Skills, Acrobatics, Animal Handling, Arcana, Athletics, Deception, History, Insight, Intimidation, Investigation, Medicine, Nature, Perception, Performance, Persuasion, Religion, Sleight of Hand, Stealth, Survival. Also auch das gleiche wie bei D&D, also nicht früher wie bei D&D, Proficiency Bonus, Initiative, Geschwindigkeit in verschiedenen Stufen, Passive Insight, Passive Investigation, Passive First Perception. Haben sie ein bisschen aufgeteilt, ist auch ganz cool. Wobei so diese Passivwürfe finde ich immer bei, kannst du bei einem VTT sehr gut umsetzen, weil der DM dann halt Zugriff auf die Bögen hat und da auch heimlich drauf würfeln kann. Wenn du jetzt so sagst, mach mal einen passiven Perception-Wurf, ist immer schon die Spannung so ein bisschen raus, finde ich persönlich. So, Attack, Armor, das ist natürlich ein bisschen klein. Also wenn ich da was reinschreiben muss, per Hand, das ist mit so einer Sauklau, wie ich die hab, schon relativ schwierig. So. Wachte Tiere vielleicht mit Root vergleichbar oder Mausritter. Ja, Mausritter hab ich ja auch im Programm hab ich noch gar nicht gemacht. Einmal war es davon mitgebrochen. Damals bei den Orkenspaltern klang sehr menschlich. Aber die Orkenspalter haben doch keinen Tales of Valiant gespielt. Und die hat so irgendwie gebaut oder was. So, Character Appearance, Character Name, Adventuring Motion. Also wenn ihr euch das jetzt anguckt, da ist es natürlich auch recht übersichtlich. Das ist ja sehr schön gemacht und eigentlich auch recht schnell umzusetzen dann. Das ist sehr cool. Also generell, wir gucken gleich nochmal eine Liste durch. Monster Vault, wie gesagt, gucken wir uns vielleicht Samstag mal durch die verschiedenen Monster, was da so gibt. Und dann gucken wir, wenn wir da noch Zeit haben, gehen wir noch in Foundry VTT rein, sonst machen wir das an einem anderen Tag. Und hier haben wir jetzt die verschiedenen Sachen von Kobold Press. Kobold Press, die Klamotten mache ich gerade in den Shop rein. Die Map-Teils sind glaube ich morgen dran. Also wenn da jemand Bedarf hat, könnt ihr alles im Shopee Shop da bestellen. So, was ich kenne war mit Römer Gladiator Händler. Und hier haben wir Tales of the Valiant Game Masters Guide. Der ist noch gar nicht raus. Der kommt demnächst. Da werden wir dann auch reingucken. So, gut. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Join the ranks of the Valiant. Ach ja, genau. Ich wollte, ich habe mir hier eine Liste ausgedruckt, die so ein bisschen die Unterschiede zu D&D aufzählt. Und die gehen wir jetzt nochmal einmal kurz durch. Ich bette das nochmal so um, damit ihr das nochmal sehen könnt. Also 20 Unterschiede Herkunftssystemen. Tales of the Valiant ersetzt Rasse und Unterrasse durch Abstammung und Erbe, wodurch die Biologie Abstammung und Kulturerbe getrennt werden. Dies ermöglicht eine freie Kombination von biologischen und kulturellen Hintergründen, was zu vielfältigeren Charakteren führt. Hat man ja gerade auch so eigentlich gesehen. Dann haben wir Talente und Verbesserungen. Anstelle der Fähigkeitspunkte Verbesserungen in 5e bietet Tales of the Valiant die Möglichkeit, entweder plus zwei in einem Attribut, plus eins in zwei Attributen oder plus eins in einem Attribut und ein Talent zu wählen. Aber war das nicht in Dungeons & Dragons genauso? Talente bieten keine Attributsverbesserungen mehr. Okay, das ist jetzt ein Unterschied. Dann hast du natürlich ein Talent gehabt und hast dadurch nur ein Attribut verbessert gehabt. War wahrscheinlich zu unkorrekt. Aber ich meine, hat nicht ein Talent dann auch zwei Punkte gekostet? Ich meine, irgendwie sowas war das. Glückssystem. Tales of the Valiant ersetzt Inspiration durch ein Glückssystem. Spieler können Glückspunkte erhalten und diese für zusätzliche Würfe oder Neuwürfe. Verwenden. Ja gut, ist im Prinzip jetzt nur ein anderer Name. Ob ich jetzt Inspiration oder Glück habe, ist wahrscheinlich lizenzrechtlich einfach ein anderer Name. Zauberkreise und Zauberringe. Anstatt von Zauberstufen verwendet Tales of Valiant Zauberkreise, Arcane, göttliche, Primordial, Weird und Zauberringe für die Einstufung der Zauber. Ja, haben wir auch darüber gesprochen. Klassenstruktur. Alle Klassen in Tales of Valiant wählen ihre Unterklasse erst auf Stufe 3. Einige Klassenfeatures wurden aktualisiert und neue Talente eingeführt. War das denn anders oder war das auf Stufe 2? Oder wo hat man die Unterklasse bei D&D gewählt? Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Tales of Valiant führt neue Klassen wie den Mechanisten ein und aktualisiert vorhandene Klassen wie den Baden und den Zauberer. Da scheint also einiges geändert worden zu sein und der Mechanist ist halt neu. Barbaren Update. Der Barbar hat jetzt verbesserte Fähigkeiten wie Unarmored Defense, 13 plus Konstitution, haben wir ja darüber gesprochen, und eine geänderte Multi-Attack-Funktion. Zauber Updates. Der Zauber erhält seine Unterklasse erst auf Stufe 3, genau wie alle anderen auch. Und neue Features wie rote Memorization haben wir uns jetzt nicht angeguckt auf Stufe 5. Keine Ahnung, was das ist. Hintergrundfähigkeiten. Jeder Hintergrund in Tales of Valiant bietet jetzt spezifische Fähigkeiten und Motivationen, was die bedeutungsvoller macht. Da haben wir darüber gesprochen, dass man halt auch so ein Ding mit an die Hand kommt, wodurch man dann halt sieht, warum der Charakter halt auf Abenteuerreise geht. So. Panarin auf 2, andere auf 3, aber das ändert sich mit ihr in D2224. D2224, okay. So, 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 Monster-Statistiken. Tales of Valiant vereinfacht die Monster-Statistiken und entfernt Elemente wie Ausrichtung. Ich weiß gar nicht, was die mit Ausrichtung meinen, ehrlich gesagt. Die in 5e vorhanden sind. Stattdessen gibt es direkte Fähigkeiten und Modifikatoren. Da werden wir auf jeden Fall da reingucken, werden wir uns das Monsterbuch angucken und uns angucken, ob die Monster tatsächlich anders strukturiert sind. Da können wir uns vielleicht auch mal nebeneinander legen und die Monster vergleichen. Das ist vielleicht auch mal ganz spannend. Ausrüstungsänderungen. Einige Klassen haben geänderte Ausrüstungsanforderungen und Optionen wie zum Beispiel Zauberer, die keine Waffenfertigkeiten mehr haben. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, wäre total cool, wenn ihr das mal in die Kommentare packt. Ob ihr da was zu wisst, ob ein Zauberer dann wirklich nur zaubern kann. Ich kann mich auch nochmal reinlesen. Muss ich mal gucken. Das würde mich schon interessieren. Das fände ich schon spannend. Fehlende Attributserhöhung bei Rassen bzw. bei Völkern. Man hat halt keine volksabhängigen Attributsverbesserungen mehr, was den Charaktererstellungsprozess vereinfacht und flexibler macht. Ja gut. Wobei ich finde, also ist ja relativ, ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Kann man machen, kann man lassen, wie man möchte. Aber so, wenn sie es jetzt rausgenommen haben, okay. Ritual, Zauber. Rituale sind in Tales of Alien eine eigene Kategorie und beeinflussen nicht die normalen Zauberplätze. Das muss ich sagen, fand ich jetzt eine Geschichte, also das sind die normalen Zauberplätze, nicht betrifft, haben wir gar nicht gesehen. Aber diese eigene Kategorie, die fand ich jetzt sehr spannend. Gerade was man halt damit alles machen konnte. Da war schon eine krasse Nummer. Da war schon echt geil. Heldenhafte Gaben und epische Gaben. Auf der Stufe 10 erhalten alle Klassen eine neue heldenhafte Gabe. Und auf Stufe 20 eine epische Gabe, die zusätzliche Macht verleiht. Das haben wir jetzt auch nicht gesehen beim Durchblättern. Ist mit Sicherheit auch nochmal ein sehr interessanter Aspekt. Passive Wahrnehmung und Stealth. Monster haben in Tales of Valiance spezifische Stealth und Wahrnehmungswerte, die das Gameplay vereinfachen und beschleunigen. Ja, das haben wir auch gerade noch gesehen, dass das aufgeteilt ist. Die passiven Fähigkeiten in mehrere Einzeldinger. Das ist auch eine sehr spannende Sache. Verwendung von Glückspunkten. Spieler können Glückspunkte sammeln und verwenden, um Würfe zu verbessern oder neu zu würfeln. Was taktische Flexibilität bietet. Ich denke mal, die Art, wie man die Glückspunkte sammelt, wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen von der Art in D&D, wie man Inspiration bekommt, unterscheiden. Aber generell von der Mechanik her ist es sehr ähnlich und weil man dann ja auch in so einem alten System drin ist, finde ich immer, nutzt man dann eigentlich so weiter diese Faktoren, die man bisher immer benutzt hat. Ja, aber gut, man muss halt auch das Rad irgendwie ein bisschen neu erfinden, um sich halt von der alten Lizenz trennen zu können. Fehlen von Zauberlisten pro Klasse. Tales of Valium verwendet allgemeine Zauberlisten für Zauberkreise anstelle spezifischere Listen für jede Klasse, was die Zauberauswahl vereinfacht. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist, ob man jetzt die, ob die Zauberkreise jetzt quasi den Klassen zugeordnet sind oder ob ich mir selber Zauberkreise aussuchen kann. Da wäre natürlich auch sehr witzig, wenn man sich da selber Zauberkreise aussuchen könnte, weil man dadurch natürlich auch sehr individuelle Charaktere schaffen würde. Abkürzungen und Notationen, ja, gut, das ist Quatsch. Klassenfähigkeiten, Updates, verschiedene Klassenfähigkeiten wurden in Tales of Valium überarbeitet. Um sie besser an das neue System anzupassen und die Spielbalance zu vereinfachen. Gut, Freunde der Nacht. Ja, damit können wir das Ganze abschließen. Wie gesagt, einige coole Neuerungen gibt es meiner Meinung nach. Was am prägnantesten ist, sind halt diese Rituale, die ich sehr, sehr cool finde, womit man richtig krasse Sachen machen kann, die auch zu kreativen Ansätzen für Lösungen und sowas führen können. Dann haben wir den Beastinger, den ich sehr cool finde, dass man Orcs spielen kann. Ist sehr, sehr cool, dass man Beastinger, habe ich gesagt, dass man das alles kombinieren kann, ist sehr cool. Also auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Wie gesagt, wir werden da noch auf die Monster eingehen und auf die Foundry VTT Umsetzung, wie sie momentan ist. Ich werde auch nochmal die Leute anschreiben hier, ob ich einen Zugang zu Alchemy-RPG bekomme, dass sie mir das vielleicht mal freischalten, dass wir auch da mal reingucken können. Und dann können wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit Tales of the Valiant befassen, bevor wir es dann vielleicht auch mal in der Proberunde zusammen spielen können. Ja, hätte ich auch auf jeden Fall mal Bock drauf. So, scheinbar wirklich keine Waffen oder Rüstung erlaubt. Was war denn jetzt hier? If you plan to take the Battle Mage Subclass at 3rd level, consider choosing the Soldier Background instead with a Combat Casting Talent. Ja, anscheinend tatsächlich. In Quickstarter gefunden. Professioncies, Armour, none weapons, none tools, none. Ja, die Frage ist jetzt, ob man die Sachen halt doch benutzen kann mit enormen Abzügen. Das kann ja auch sein, dass du sagst, wenn du die Proficiency nicht hast, dann kriegst du einen Malus von Minus 2 drauf. Aber finde ich einfach auch mal witzig, einen Magier, der halt nicht rumritt. Aber gut, sie haben eigentlich die Gelegenheit dazu geschaffen, indem sie halt die Cantrips so eingeführt haben, dass du die immer rausballern kannst. Und von daher dann auch damit kämpfen kannst. Von daher finde ich es eigentlich dann eine ganz coole Sache, dass man dann halt nicht auf Waffen angewiesen ist. Macht ja eigentlich dann auch keinen Sinn. So, Freunde, wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Habt ihr noch irgendwas noch nicht gesehen, was ich noch hätte erzählen können? Oder seid ihr glücklich, dass ich euch entlassen kann in diesem wunderbaren Abend? Ja, ansonsten würde ich sagen, morgen ist eine Pause. Samstagabend nochmal ein Stündchen. Ja gut, muss man nochmal ein bisschen tiefer reingucken. Wir haben ja jetzt quasi nur einmal drüber geblättert. Muss man mal schauen, wie sich das Ganze dann äußert. Aber das sind so Sachen, die mich interessieren und wo man jetzt nach den ersten Durchblättern halt auch mal gucken kann, wie es ist, um diese feinen Unterschiede dann einfach zu sehen. Wenn du jetzt erstmal so mit so einem kompletten Buch da stehst, kannst du ja nicht komplett jetzt durchlesen, um die Unterschiede rauszufinden. Dadurch, dass wir uns jetzt ein bisschen damit beschäftigt haben, ist es ja ganz cool, dass man da einfach reingucken kann. So, Freunde, dann würde ich mich für heute tatsächlich verabschieden. Ist Lack noch drin? Ja, wie gesagt, Lack ist drin. Die haben Inspiration gegen Lack getauscht. Also Glück ist auf jeden Fall drin. Habe ich doch gerade gesagt. Hast du nie aufgepasst? Wo warst du mit deinen Gedanken? Lack hier. Da ist Lack. Da hast du, aber sind viele, sind fünf Punkte. Ich glaube, Inspiration waren nur vier Punkte. Die sind alles so kleine Sachen, die man dann wahrscheinlich ändert, damit man da keine Probleme mit der Lizenz kriegt. So, gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wie gesagt, Samstagabend geht es dann weiter mit einem Stündchen, wo wir ins Monsterbuch reingucken. Und eine anderthalb Stündchen. Und am Sonntag, vielleicht schaffe ich es auch nicht, Samstag, dann machen wir es nächste Woche irgendwie. Und Sonntag dann auf jeden Fall Cthulhu. Ja, so. Gut. So, genau. Wenn ihr noch irgendwas braucht an Kram, dann auf jeden Fall immer im Shop gucken und dann da bestellen. Die meisten Sachen, ich bestelle immer am Montag eigentlich beim Großhändler. Dann sind die Sachen normalerweise am Dienstag bei mir da. Dann gehen die auch normalerweise sofort raus. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr die dann Mittwoch, Donnerstag. Und umso weiter ihr nach hinten bestellt. Dauert es dann unter Umständen mal drei, vier Tage. Aber normalerweise gucke ich, dass ich die Sachen immer schnell rausbekomme. Oder wenn ich mal wirklich Probleme habe, dass ich welche Sachen nicht bekomme, kontaktiere ich euch sofort, wie den MC Hater heute und sage euch, pass auf, das macht momentan ein Problem. Wie sollen wir da einhergehen? Ja, also da ist mir ein offener Diskurs mit euch ganz wichtig, dass da keiner irgendwas bestellt und dann da wochenlang wartet. Weil ich sowas selber total assi finde und da auch keinen Bock drauf habe. Und da, ja, das ist mir ganz, ganz wichtig bei dem Shop, wenn ich den jetzt mache, dass da alles gut läuft. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich sage euch bis dann, ciao, ciao. Ich haue euch jetzt nochmal die Werbung rein und verabschiede mich dann. Also während ich die Werbung jetzt gleich reinknalle, gucke ich nochmal, wen wir raiden können. Wäre super, wenn ihr da mitfolgt, weil damit sehen die auch, ach guck mal, die Schlachtmüter raiden uns, dadurch kriegen wir vielleicht auch mal ein Raid. Und das wäre ganz cool, ja, also ich haue euch jetzt die Werbung rein, suche ein Raid raus und dann sehen wir uns Samstag, Sonntag wieder. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.